Hallo, ich bin Ludovic, Trampolinexperte seit 2011. Hier ist das revolutionäre Trampolin, das Starflex Pro. Es übertrifft alles, was Sie sich bezüglich der Sicherheit auf einem Trampolin vorstellen konnten. Das Starflex Pro besteht aus zwei patentierten Technologien und drei einzigartigen Sicherheitssystemen, die das Trampolin zum Besten aller Zeiten machen. Für Kinder ist das Trampolin zweifelsfrei die Lieblingsspielanlage für draußen. Die meisten Trampoline bieten jedoch zu wenig Sicherheit. Die Sicherheitsnetze überdehnen leicht, lassen sehr schnell nach und beeinträchtigen somit die Sicherheit. Selbst die sogenannten Top-of-the-Range-Versionen mit Glasfaserbügeln halten nicht richtig. Außerdem schützen herkömmliche Geradepfosten ihre Kinder nicht ausreichend vor Stößen. Mit ihren Schrauben können sie nicht zerlegt werden. Und das ist ein großes Problem. Da der Wind unter die Sprungmatte fegt, was viel häufiger vorkommt als wir denken, das Trampolin umdreht und die Stangen gefaltet werden. Hier sind die anderen wichtigen Sicherheitspunkte. Der Sprungbereich, eine permanente Gefahr bei einem Standardtrampolin. Die Fuß- und Rahmenverbindungsstücke zur Stabilisierung des Trampolins. Hier werden immer noch zerbrechliche Lötstellen verwendet, die die Gesamtstabilität beeinträchtigen. Die Anzahl der Füße ist nicht ausreichend, um eine optimale Stütze und Balance zu bieten. Aus diesem Grund empfehle ich Starflex Pro, um maximale Sicherheit für ihre Kinder zu gewährleisten. Das Starflex Pro verfügt über eine einzigartige patentierte Stahlkrone mit 22 mm Durchmesser, die alle Pfosten zusammenhält für einen beispiellosen Netzhalt. Sowie eine schnelle Demontage. Eine weitere Sicherheitsinnovation ist das Netz an der Sprungmatte. Dies stellt sicher, dass ihre Kinder vollständig vor dem Gefahrenbereich der Federn geschützt sind. Die gewinnbringende Kombination aus der Stahlkrone, dem konkarren Design der Pfosten und die einzigartige Verschmelzung von Netz- und Sprungmatte verhindert jeden Aufprall auf die Pfosten und stellt sicher, dass der Starflex Pro Spielplatz ein perfekter Schutzcocon ist, in dem Kinder ganz sicher Spaß haben können. Eine weitere patentierte Erfindung, der lötfreie 6-in-1-Steckverbinder des Starflex Pro, wurde entwickelt für eine perfekte Rahmenstabilität. Das ermöglicht auch bei starken Windböen eine schnelle Demontage der Stangen. Darüber hinaus hat das Starflex Pro bis zu 50% mehr Füße als Standardmodelle. Seine vernetzte Form sorgt für außergewöhnliche Gesamtstabilität. Zum Schutz des Starflex Pro ist die gesamte Metallstruktur verzinkt und die Beine sind mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen, um einen doppelten High-End-Schutz zu gewährleisten. Alle Pfosten profitieren somit vom zusätzlichen Schutz der PVC-Hülsen. Gute Nachrichten, der Starflex Pro ist erschwinglich und für jedes Budget geeignet.